Kommt jetzt beim Bitcoin der große Crash? War das nur ein Deadcat-Bounce oder geht es bald wieder nach oben? Was sagen uns die Daten und auf welche Daten können wir uns verlassen? Plus, der NFT-Wahnsinn geht weiter. All das in der heutigen Folge CryptoNews. Falls du nur auf dem Kanal bist, lass gerne ein Abo da, denn dann verpasst du kein Video mehr. Und dann würde ich sagen, let's do this. Ja Leute, ich war ein paar Tage weg. Ich habe jetzt drei, vier Tage nichts hochgeladen. Ihr wusstet ja, ich war im Ausland, ich war nicht hier. Ich musste ein paar sehr, sehr wichtige organisatorische Dinge abfertigen, abklären. Und dann dachte ich mir auch, ich nehme mir ein bisschen Auszeit, ein bisschen Urlaub. Aber jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich wieder am Start und werde natürlich versuchen, weiterhin Daily für euch hochzuladen und euch abzudaten darüber, was im Bitcoin, im Kryptomarkt so abgeht. Und ja, erstmal ganz klar, was ist passiert, als ich weg war. Wir wurden bei 50.000 Dollar rejected. Ich persönlich habe auch, als wir dann das zweite Mal hier unter diese Trendlinie gefallen sind, einen sehr, sehr großen Teil meiner Position verringert. Grund dafür war nicht nur, dass wir jetzt das zweite Mal hier runter rejected sind, sondern dass eben ein paar sehr, sehr wichtige Datenpunkte sich geändert haben, gewandelt haben und dann aus Risk-to-Reward-Ratio-Sicht dort ein relativ guter Take-Profit an dieser Stelle war. Ich habe natürlich weiterhin einen Anteil meiner Position Long natürlich offen und bin auch bereit, dort wieder hoch zu skalieren, wenn wir eben aus diesem Short-Term-Bear-Movement wieder rausbrechen. Sobald das invalidiert ist, werde ich wieder hoch skalieren. Aber aktuell bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Warum genau, dazu komme ich auch in diesem Video. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das auf Twitter posten soll. Als ich das gemacht habe, habe ich es dann doch eher gelassen, weil ich mir dachte, das Problem ist, wenn das dann aufgeht, dann gibt es so viele Leute, die denken, du hast eine Glaskugel, du weißt es immer, du hast alles immer richtig gesehen. Ich hätte das übrigens in dem Fall auch genauso gemacht, wenn wir dann eben doch weiter nach oben gegangen wären und hätte dann eben wieder hoch skaliert, sobald wir einen wichtigen Bereich gebrochen hätten. Aber das Problem ist, wenn das dann nicht genauso ausgeht, dann gibt es immer ein paar Idioten, die dann denken, man hat gar keine Ahnung von dem, was man macht, egal wie lange man am Start ist, egal wie erfolgreich man in der Vergangenheit war. Deswegen habe ich es einfach gelassen. Wenn ihr aber Lust habt, dass ich das in Zukunft einfach mal ein bisschen öfter auf Twitter mache, dann folgt mir einfach auf Twitter und lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann mache ich das vielleicht ab und zu mal. Wie gesagt, warum ich das gemacht habe, was ich denke, was passieren wird und meine vollumfängliche Kursprognose für die nahe Zukunft, das kommt alles in diesem Video. Vorher würde ich aber sagen, beginnen wir mal ganz kurz mit dem NFT-Thema. Denn ich hatte euch ja vor ungefähr zehn Tagen meine ersten richtigen NFT-Einkäufe gezeigt, und zwar Degenerate Ape Academy auf Solana. Und was jetzt sehr, sehr interessant ist und wirklich unglaublich ist, ich habe auch leider einen Ape verkauft, der jetzt deutlich mehr Wert hätte. Dazu komme ich auch gleich, aber wir können ja hier im Video sehen, ich habe euch ja gezeigt, ich habe welche eingekauft, ich habe euch gezeigt, warum, ich fand sie ganz cool. Und der Floor Price war damals bei 13,99 Solana. Was ist der Floor Price? Der Floor Price ist, wie viel der günstigste Ape, das günstigste NFT quasi kostet. Das heißt, man hätte einen Ape für 14 Solana kriegen können. Und zudem war der Solana-Kurs zu dem Zeitpunkt auch nur bei 44 Dollar ungefähr. Das heißt, nicht nur Solana hat sich verdoppelt, sondern, wenn wir uns jetzt mal den Floor Price anschauen, der Floor Price hat sich vervierfacht. Das heißt, die Floor Apes, die man zu diesem Zeitpunkt vor zehn Tagen gekauft hätte, haben sich im Wert verachtfacht. Das ist wirklich unglaublich, das hätte keiner irgendwie kommen sehen können, so in dieser kurzen Zeit. Natürlich, ich habe die Apes gekauft, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie steigen werden. Aber ich muss ganz klar an dieser Stelle sagen, jetzt auch vorab, das soll hier in keiner Weise irgendwie eine Aufforderung sein, sich jetzt irgendwie da noch einzukaufen. Wie gesagt, ich habe ja auch einen meiner Apes verkauft. Und das zeige ich euch auch gleich. Ich bin kein super NFT-Spezialist. Ich habe zwar in diesem Video hier ganz klar gesagt, dass NFTs im nächsten Bullrun auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Teilspiel werden. Und wir sehen es ja auch jetzt die ganze Zeit über, wie wahnsinnig diese NFTs abgehen werden. Aber ich bin ganz klar jetzt kein NFT-Trading-Experte. Ich sehe zwar auf Twitter immer mehr Leute, die da unfassbar viel Geld mitverdienen. Ich habe jetzt auch bei den Affen unfassbar viel Geld mit rausgenommen. Ich habe meinen Affen, den ich verkauft habe, und falls ihr mein Video verfolgt habt, dann wisst ihr genau, welchen ich verkauft habe, und zwar den goldenen, für, ich glaube, 15.000 oder 20.000 Dollar verkauft. Das heißt, ich bin plus minus null mit ein bisschen plus raus. Plus habe diese Affen eben kostenlos noch, die jetzt auch sehr, sehr viel wert sind. Aber wenn ich ein Experte in NFTs gewesen wäre, dann hätte ich ihn wahrscheinlich noch nicht verkauft. Das Problem ist an dieser Stelle, es sind halt einfach Bilder, es sind JPEGs. Und ich habe da immer so ein bisschen die Sorge, also wenn die Kurse eben crashen, wenn der Markt runtergeht, dann sind, glaube ich, NFTs, also JPEGs, Bilderdateien, das Letzte, was du irgendwie easy liquidieren kannst. Die Coins, die kannst du am Markt verkaufen, aber wenn du für NFTs keinen Käufer findest, dann war es das mit deinen NFTs. Trotzdem, wie gesagt, halte ich die. Und ja, wir haben ja gesehen, der Floor-Price hat sich vervierfacht, 48 Solana. Das ist wirklich unglaublich, wie schnell das Ganze hochgegangen ist. Ich habe auch noch, wie gesagt, weiterhin hier drei meiner Apes. Ein Ice-Ape, ein Leoparden-Ape und meinen coolen Hawaii-Hemd-Ray-Ban-Sonnenbrille-Ape, den ich auch behalten wollte. Ja, mal sehen, was das in Zukunft noch bringt. Ich wollte das an dieser Stelle nur mal kurz updaten. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt wieder zum Bitcoin und was beim Bitcoin wie passiert. Anhand welcher Daten können wir eventuell eine Richtung, vor allem für Short-Term, jetzt festmachen. Und ganz klar, wir haben hier ein paar Charts On-Chain-Daten. Grüße gehen raus an Will Clemente. Sehr, sehr guter On-Chain-Daten-Allerist, auch noch sehr, sehr junger Typ. Wir fangen an mit dem Supply-Shock-Ratio. Für die, die länger auf meinem Kanal sind, ihr wisst alle genau, was das Supply-Shock-Ratio ist. Hier geht es darum, wie viele Coins von den Weak-Hands zu den Strong-Hands übergehen. Das heißt, Wallets, die nachweislich eine sehr, sehr geringe Verkaufshistorie haben und auch länger diese Coins halten, kaufen Coins von Wallets, die diese Coins erst zu einem jüngeren Zeitpunkt eingekauft haben und eher verkaufen. Und wir sehen das Ganze hier in dem blauen Graphen und wir sehen, dass sich das Ganze seit Mai hochbewegt hat. Aber jetzt, vor allem in den letzten Tagen, hatten wir hier einen kleinen Dip. Und das kann natürlich zum einen entweder einfach nur ein kleiner Sell-Off, ein kleiner Take-Profit-Moment sein von den Wahlen, wo sich die Großanleger eben sagen, hey, wir haben so lange akkumuliert, wir wollen jetzt eben ein paar Profite mitnehmen. Aber es kann eben auch eine Trendwende sein. Und der Unterschied dabei, beziehungsweise die Linie, wie man das erörtern und ermitteln kann, ist hauchdünn. Und ich würde sagen, basiert auf einer Konfluenz von eben anderen Daten. Wenn man noch weitere Datenpunkte unabhängig jetzt davon findet, die auch auf dieses Ereignis deuten, dann sollte man eventuell, egal wie bullish man ist und egal wie sehr man den Bitcoin liebt, sich mit der Realität getraut machen, dass es eventuell weiter runter geht. Und ihr seht schon, 23. August, das ist schon ein bisschen älter, das ist ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich auch veräußert habe, wie gesagt, als ich meine Position verringert habe. Das heißt, hier haben wir schon mal einen Graphen, der eher darauf deutet, dass wir zumindest mal eine kleine Korrektur sehen werden. Als nächstes haben wir einen nächsten Graphen. Und zwar geht es hierbei darum, wie die Wallet Balances der Wale sind. Also von 1.000 bis 100.000 Bitcoins. 1.000 Bitcoin ist mir ja schon unglaublich groß. Und das ist der grüne Graph hier. Und der graue ist der Bitcoin-Kurs. Und wir sehen, wir haben jetzt hier seit ungefähr 26. Juli nicht nur eine Seitwärtsbewegung, sondern jetzt auch ungefähr seit dem 16. August eine Bewegung nach unten. Das heißt, die Wallet Balances verringern sich von den Wahlen. Das heißt, die richtig großen Wale sind so ein bisschen am Verkaufen. Wie gesagt, auch hier, das kann ein Take-Profit-Moment sein, aber es kann eben auch wieder eine Trendwende sein. Und ob und wie, welches Szenario eintritt, das kann keiner vorhersehen. Man kann aber anhand dieser Daten auf jeden Fall sehen, okay, hier ändert sich so ein bisschen gerade was am Trend. Noch ein Graph, der auch wieder für diese Narrative spricht, ist die Anzahl an Bitcoin auf den Exchanges. Also wie viel Bitcoin-Balance haben alle Exchanges kombiniert und das sehen wir hier in diesem orangenen Graph. Wir sehen, das hat sich die ganze Zeit verringert, 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 dann ganz harsch verringert, aber jetzt auch wieder seit 16. August ungefähr haben wir hier einen Anstieg. Das heißt, Bitcoins auf den Exchanges erhöhen sich. Es gibt zwei Szenarien dafür, warum ein Wal seine Bitcoins an den Exchange sendet. Das eine Szenario ist, er möchte verkaufen, er möchte veräußern. Das ist auch das wahrscheinlichere Szenario. Und das andere ist, er möchte das als Collateral nutzen für seine Positionen, die unter Wasser sind, damit sie nicht liquidiert werden. Beides ist möglich. In beiden Fällen, muss man ganz klar sagen, sind diese Bitcoins bei einem Risiko verkauft zu werden. Das heißt, ihr seht jetzt schon anhand dieser Daten, die Wale nehmen Profite mit, die Coins bewegen sich auf Exchanges, die größten Wale verringern ihre Position und das Balance auf den Exchanges erhöht sich leicht. Das alles in total war für mich ein Grund zu sagen, okay, wir haben jetzt wieder nicht geschafft, hier drüber uns zu halten, ich nehme jetzt Profite mit. Darüber hinaus hat man auch gesehen, dass sehr, sehr bekannte Wale, wie zum Beispiel die drittgrößte Bitcoin-Adresse, auch wieder Profite genommen haben. Hier sehen wir es ganz klar, zwar ein bisschen früher als wir jetzt, aber bei 48.500, ich glaube das erste Mal, dass wir sie gehittet haben, ja, ungefähr hier, wieder 1.500 Bitcoin, wieder 72 Millionen Dollar Profite genommen. Natürlich, dieser Wale hält 110.000 Bitcoin, das ist ein sehr marginaler Teil seines Portfolios, aber so funktioniert das eben. Und das sind die Signale, aufgrund dessen, ich mir dachte, okay, ich werde jetzt ein bisschen meiner Profite nehmen. Wir haben jetzt auch schon ein unfassbar großes Run-Up gehabt, insgesamt 70%. Da ist eine etwas größere Korrektur mal vielleicht abzusehen. Natürlich habe ich jetzt in diesem Fall relativ richtig gelegen. Wir sind jetzt um 6,5% gefallen, aber auch, wenn ich nicht richtig gelegen hätte, dann hätte ich mich eben wieder eingekauft, wenn wir eben eine Invalidation meines Szenarios gesehen hätten. Die Frage ist jetzt, was wird jetzt als nächstes passieren? Was ist meine persönliche Kursprognose? Und ich würde sagen, jetzt sind wir auch angekommen an diesem Teil dieses Videos. Und wie immer, ich werde euch zwei verschiedene Prognosen geben, einmal für ein Bullisches und einmal für ein Bärisches Szenario, denn viel wichtiger, als vorherzusehen, wie die Zukunft ist, ist, wie man sich verhalten sollte, wie man reagieren sollte, wenn welches Szenario passiert und nicht eben nur auf seine eigene persönliche Narrative zu verharren. Deshalb, wie immer, differenziert beide Möglichkeiten. Und ich würde sagen, wir machen mal drei Szenarien, also ein Super Bull Szenario, ein Bull Szenario und ein Bären Szenario. In dem ersten Super Bullish Szenario, was müsste passieren? Wir sehen ja hier, wir haben unsere Trendlinie, die wir seit Anfang dieses Run-Ups haben, bisher durchbrochen. Wir haben es zwar noch nicht confirmed, eine Confirmation würden wir sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Daily Close drunter sehen, aber in einem Super Bull Szenario würden wir dann quasi in der nächsten Candle wieder hier drüber gehen, dann das Ganze als Support nutzen und eben einfach direkt einen Bounce sehen. Dann würde sich hier eventuell ein Triangle bilden und dann würden wir hier aus diesem Triangle wahrscheinlich ausbrechen in Richtung 56 oder 54.000 Dollar. Das wäre das Super Bull Szenario, ob ich davon ausgehen werde, dass wir genau dieses Super Bull Szenario sehen. Ich sehe es eher als unwahrscheinlich, könnte aber natürlich passieren. Der Bitcoin macht gerne Dinge, die keiner kommen sieht. Ich würde sagen, kommen wir jetzt zum Bullen Szenario beziehungsweise zum Bullish Dropping Szenario. Man muss nämlich ganz klar sagen, unser Super Bull Szenario, das hätten wir auch gestern hier haben können, wenn wir hier einfach direkt den Bounce dann wieder hochgenommen hätten und dann hier eben weiter nach oben gegangen wären. Hier das letzte Hoch wieder durchbrochen hätten, haben wir aber nicht. Wir haben an dieser Stelle ein Lower High gebildet. Was jetzt in dem Bullen Szenario passieren würde, wäre beispielsweise, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen weiter runterfallen auf diese 46.000er Bereich, was jetzt hier ein sehr, sehr umstrittener Bereich ist und dann hier eben wieder bouncen, dass wir eventuell hier ungefähr bei diesem vorherigen Trendbereich wieder eine Rejection sehen, dann wieder hier runterfallen, in diesem Fall wieder ein Lower High verschreiben, eventuell eben auf diese 45.000 fallen, hier wieder hoch, runter, zack, zack und eben diese 43.000 hier antesten. Warum 43.000, 42.000? Erstens, das ist unser vorheriges Range High. Zweitens, das ist der Bereich, an dem sich unser 20er Weekly, also unser Bullen Market Support Band dann befinden würde und wenn wir jetzt hier wieder bouncen würden, wäre das unfassbar bullish, denn wir hatten ja bisher noch kein richtiges Test. Wir hatten keinen richtigen Retest. Klar, wir sind durchgerattert, hatten dann hier, vielleicht könnte man das als kleinen Test bezeichnen, aber wir brauchen einen richtigen Retest von dem Ganzen. Wir müssen uns hier noch einmal ganz klar beweisen, damit wir sagen können, ey, das hier ist kein Dead Cat Bounce und das wird in diesem Fall hier passieren, denn hier genau an diesem Zeitpunkt ist meiner Meinung nach der Make-or-Break-Punkt. Hier entscheidet sich, ob wir bullish oder bärisch sind. In einem bullischen Szenario, wie gesagt, würden wir dann hier runterkommen, wir würden uns auf diese 42.000 bewegen, wir würden hier vielleicht ein bisschen konsolidieren, es könnte ja natürlich auch sein, dass wir eine Wig drunter sehen, aber wir würden dann das Ganze als Support nutzen, wir würden uns wieder nach oben bewegen, hier wieder hocharbeiten und dann die höheren Preisziele antizipieren. Wenn wir uns das auf dem Daily anschauen, würden wir auch hier ganz klar sehen, dass wir dann hier ein Higher Low auf Daily haben, was auch wieder bullish wäre. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das so passiert. Natürlich könnten wir auch hier einen Bounce kriegen, natürlich könnten wir auch hier einen Bounce kriegen, aber wir möchten ja in diesem Video jedes mögliche Szenario mit einberechnen. Deshalb im bullischen Szenario wäre das meiner Meinung nach eine sehr, sehr gelegene Wahrscheinlichkeit. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zum bärischen Szenario. Also was müsste passieren, damit ich persönlich hier nicht mehr so bullish bin? Ganz klar, was eher bärisch wäre, wäre, dass wir eben hier auch wieder den Dip sehen, auch hier wieder Lower Highs am Stück und jetzt ganz klar hier kein Halten des 42.000er Bereichs, sondern vielleicht sogar, dass wir ganz klar durchrattern, dann eben irgendwo hier wieder Support finden, um die 40.000, versuchen das Ganze wieder zu erobern und dann ganz klar rejected werden und noch tiefer fallen. Ganz wichtig, ein Close unter dem 20er Weekly, also unter diese 42.000, ein Daily Close, vielleicht sogar ein Weekly Close, das wäre nicht so gut, das wäre bärisch, das würde für dieses bärische Szenario sprechen und dann ist die Frage, ob wir eben hier bei 36.000 im vorherigen Midrange Support finden, wenn wir nicht mal hier Support gefunden haben, gehe ich eher nicht davon aus. Ich denke, wenn wir so ein bärisches Szenario sehen, das vielleicht sogar möglich wäre, dass wir eben nicht nur die 30.000 wieder testen, sondern vielleicht sogar unter die 30.000 fallen, 10.000 sehe ich nicht kommen, aber man muss hier eben realistisch bleiben. Genauso gut könnte aber auch hier dann Konsolidierung passieren, wieder ein paar Monate Seitwärtsbewegung, bis wir dann den nächsten Versuch starten, bis wir dann eben im nächsten Versuch wieder versuchen, hier über das Bull Market Support Band zu kommen und dann hier wieder Support finden und hochgehen. Das wäre das bärische Szenario. Gehe ich persönlich aus, dass wir das bärische Szenario so bekommen werden? Eigentlich eher nicht. Ich gehe davon aus, dass wir weiterhin noch Bullish sind, deswegen habe ich auch, wie gesagt, noch Long Positionen offen, aber man sollte, wie gesagt, wie immer auf beide Szenarien vorbereitet sein und wissen, wie man sich zu welchen Levels wie zu verhalten hat. Die Zonen und Bereiche, die ich euch gezeigt habe, könnten entweder eure Entry-Punkte sein oder eben eure Verkaufs-, eure Take-Profit-Punkte. In jedem Fall sind es wichtige Bereiche, auf die wir achten sollten. Wie immer natürlich keine Finanzberatung an dieser Stelle. Ihr solltet eure Entscheidungen für eure Position und für alles, was ihr überhaupt im Kryptomarkt macht, immer basierend auf eigener Entscheidung, eigener Entscheidungsfindung machen. Dieses Video dient nur der Unterhaltung. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Das war es jetzt nämlich an dieser Stelle und hoffentlich sehen wir uns dann morgen wieder beim neuen Video. Folgt mir auch gerne auf Twitter at hoss-kripto und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Peace!